So, ich benutze mal ein bisschen diese MP hier. Schönes kann ich nehmen. Ah, kann ich auch nicht mehr nehmen. Ja, hier geht nicht viel. Wobei, ich fühle mich mit dem anderen Ding hier irgendwie safer. Habt ihr es auch gehört? Ich traue dich. Ich traue dich. Okay. Hoffentlich, wenn nicht wieder was dazwischen kommt. Scheiße, ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Verdammt nochmal. Oh fuck, der krabbelt da. Achso, der Bereich wird abgeriegelt, weil Chaos regiert. Ah, alles voll. Der... Das... Okay, Shopping-Main wird abgeriegelt, weil Chaos... das... Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Hallo? Ah, oben ist das... Space-Cram. Wird auch abgeriegelt. Wird auch abgeriegelt. Ah, guck mal, da gibt es Essen. Trixies. Trixies. Hm, komm jetzt Trixies und... Oh, hier gibt es auch Essen. Ach, da gibt es diese Energy-Trees. Midnight. Hätte ich gerne. So, die Werkbank hier kann ich noch nicht benutzen, das noch zu früh spüren. Ich verstehe. Ah, ein Shop. Oh, ich liebe Dead Space und Teil 1, 2 oder 3. Die Atmosphäre ist wie Hühnerei. So, was gibt es denn hier? Hier gibt es tolle Sachen. Ich? Bitte, Astronaut, gib mir was von deiner leckeren Knackwurst. Ey. Oh, das ist nicht nur dein Magen oder der Käse. Ganz anders. Geil. Habe ich schon gesehen, dass ich Dead Space liebe, ja? Richtig. Ah, meine Fratze, aber. Hier ist auf jeden Fall... Hier bricht gerade die Hölle aus. Ich merke es doch. Die Bösewicht. Mann, du hast uns alle umgebracht. Cool, das ist ein Playboy. Oh. 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 You can't rather hear the micro marks the. What's with your... What's with your... What's getting here abused? Was ist das? Oh, Alter, das ist mir Waaaaaah Seriously Was ist der Hüte? Oh, da kommt der noch mehr Auf die Beine, auf die Beine. Ihre Träume sterben wir, wohl nicht. Halberer Schmerzen, oberer Thäcker. Scheiße, wenn ich die krassen Freaks geboren hätte. Oh, der neue James Bond. Ja, echt schön, echt schön. Hier. Okay. Das könnte hier ja schon die Bahnhofstation sein. Komm dann mit mir nach, man, für 10 Uhr. Oh shit. Was geht da ab? Boah. Boah. Ey. Lasst mal die über... Boah, die sind schneller geworden, ey. Die waren schon immer ein bisschen unbequem, aber die sind echt schneller geworden. So, hier standen zwei und... Ja, wieder eine weniger Rest in Peace, Baby. Boah, verdammt. Ja, das Sicherheitssysteme in allen Erden, aber... ... in dem Fall hier... Ja. Ja, woa, 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 woa... Ich weiß nicht, wie lange wir schon spielen, aber ich denke mal, die Stunde müsste eigentlich bald für uns sein, oder? Fortschraffet ist keine Züge. Wir versuchen Sie anzulegen. Vereilen Sie sich. Zuganordnung unvollständig. Bitte vor Abfahrt, Zugmaschine und Tankstoffwaggon ankommen. Also ich würde sagen, das machen wir jetzt noch. Ich glaube, ich habe auch schon gecheckt, was der da von mir fehlt. Und jetzt kann ich den da weiter rüber ziehen. Oh Gott. Also das hier ist der Bahnhof zumindest, das ist zumindest ein Teil, das ist der Bahnhof. Das ist der Teil des Bahnhofs, der nicht für die Besucher bestimmt würde. Soll ich da reingehen, Oh Gott? Was ist denn da wahrscheinlich dran gucken? Das ist der Bahnhof. Zugemaschinen ist in Position. Bitte verabschieden, Zeitstoffe um Anrufe. So, die Treibstofflarung darf natürlich nicht fehlen. Zum Grund bin ich Mechaniker und kann das schaffen. Hilfe! Alter, was war denn das? Da war doch gerade was geschehen und hat voll geschehen. Ja, schön! Oh, was ist das? Bisschen trenzt. Oh, schnell weg! Die jagen mich. Shit! Also die Zugpassage machen wir noch und dann noch mal einen Freak hier auf. Oh, verdammt! Fuck, was ist da los? Wow! Für... What? Verdammt! Da müssen wir hin! Da müssen wir hin! Was? Mann, ich komme doch schon hier! Ha! Das nenne ich mal ein heller Baby! Ja, geh mal eine Stunde! Ja, geh mal eine Stunde! Ah! Das ist ne Schaffelfeller! Mann schießt doch! Auf! Hilfe! 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 Herrgott sei Dank! Was hätten uns diese komischen Kirchenfutzis an die Ledernagel geballert, ey! Oh Mann, oh Mann! Crazy! Übrigens, Dead Space 2 kommt wieder auf zwei DVDs, das heißt maximaler Spielspaß. Also, Kapitel 2 ganz allein, ähm, wir sind jetzt auf dem Raumschiff. Und sind von dem Planeten, von den Fuzzis entkommen. Und... Und... Blubblub... Ja, und machen, äh... An der Stelle auch mal ne knuffige Pause. Geil! Ich freu mich schon drauf, dass es weitergeht. Das war Dead Space 3, eine Stunde mit, die erste Stunde mit. Mit mir, jvjz.de Und wenn ihr Bock auf mehr habt, schreibt mir, dann nehm ich auch den Rest noch auf. Peace out! Yeah!